So, Hallöchen, der Oligo, zurück beim 10. Part von SRW und ich habe als kleines Special jemanden dazugeholt für diesen Part. Beziehungsweise hat gerade gepasst. Ja, ich bin der Jojo. Ja. Jojo. Entschuldigung. Ja. Schämlich. Ja. Ja, genau, es gab auch so eine Schäm-Ecki irgendwo. Ne, egal. Ähm, ja, fangen wir mal an. Äh, Lieblingskacke. Hast du auch mal was? Genau, das war... Oh, what the... Ja, das war das Läden, wo ich... Cool, der für den Mannstück im Boot. So ein Cheating! Alter, Zauberer ist böse. Wie kommen da eigentlich gelbe Koopas raus? Äh, das ist der Zauberer, wenn das irgendein so ein Block trifft. Ja, aber wie so Koopas? Äh, keine Ahnung, ein Zauberer hat sich Koopas geholt. Oh, 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 oh Das ist voll unfair. Ich kann das überhaupt nicht kontrollieren. Ich hasse es, in Wasser zu springen. Man kann Wasser eigentlich nicht schwingen. Äh, schwingen. Springen. Ja, schwingen. 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 Schwingen ist cool. So, jetzt springe ich über alle drüben. Oh, so. Oh, oh, oh. Ah, verarscht. Oh, oh, oh. Du kannst aber einfach auf den Zauberer, Mann. Oder? Stimmt. Ja. Oh, der ist schnell weg. Der kommt gleich wieder. Ja. Ich geh hier oben hin. Ich geh hier oben hin. Opfer. Ich geh hier oben. Oder auch nicht hin. Ich will den Peace Witch. Ach so, da erscheint der gleich. Oh, ne. Scheiße, erscheint der da. Du hättest auch... Verstehe ich mal. Ja, das ist so dunkel geworden. Das ist wegen den Systemeinstellungen. Ja, fick dich zu einfach mal her. Ja, ist noch so. Ähm. Ja. Also, ich habe auch nichts besser zu tun als failen. Ich renne jetzt einfach durch. Scheiße auf den Peace Witch. Wahrscheinlich hat es einen... Hat es einen Secondary Exit gehabt? Keine Ahnung. Ja. Wow. 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 Ubers. Und ja. Game over. Ja, jetzt bin ich wieder oben. Ach komm. Ähm. Ich versuche es noch einmal. Die Butterbrücke. Die kennen wir ja noch. Ähm. Sehr schön. Ja. Ihr freut sich. Finde ich scheiße. Ich habe mich nicht gefreut. Natürlich freust du dich. Ich kenne dich. Ich liebe nur dieses Level. Aha. Ja. Ja. Wir haben ja unseren ersten Kandidaten dieses Level lieb. Äh. Äh. Abstimmung in den Kommentaren soll ich hier ihn umbringen. Bitte. Ich brauche eure Meinung dazu. Ich will ihn hängen sehen. Ne. Äh. Das gibt es nur auch in. Ach Gott. In dem neuen. Super Mario. Und da ist es. Besser? Da machen die Level Spaß. Ich habe dieses Level noch nie gespielt. Fuck. Ich habe mir meine. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt und gemerkt, dass man einfach auf die Brücke früh springen kann. Keine Ahnung. Du kannst auch einfach auf die Koopas springen. Das ist auch einfach. Ja. Aber dann um drauf zu bleiben. Keine Ahnung. Ich hasse Koopa Balancing. Ich hasse allgemeine Balancing Sachen. Du musst noch einmal einen Hack spielen. Ja. Haben schon gespielt. Habe ich oft gespielt. Hast du auch das Koopa Balancing gemacht? Das was? Viertes Level. Koopa Balancing. Äh. Viertes Level. Nö. Wow. Ich glaube ich habe die falsche Version immer gespielt. Hast du Overwatch verändert schon? Wie viel? Eh. Ah. Ah doch 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 doch. Ich habe es gesehen. War das doch schon Secret Exit? Nööööööööön. Schon mal Secret Exit gewesen? Äh. Kommt drauf an. Oh. Was? Mir fällt gerade auf. Es kann sein, dass ich bei dem Schloss nicht gespielt... Nein. Da muss ich Lego... Da muss ich jetzt drei Lego nicht gemacht. Bitte nicht. Oh ne. Das wäre Scheiße. Das wäre richtig... muss ich mal gucken fragt welches die ganzen werden vom schloss noch machen darf dann ist es unsozial ich glaube dann auch keine ahnung ich will ein anderes kontinuierend safe level suchen du hast doch den jetzt gemacht vorhin ja da war ich ich bin hier oben rausgekommen und ich habe das level gemacht bevor ich da hinten hinten war ja hier ist problem ist jetzt zwischen krupas wieder raus mini spin jump hättest auch getan kann ich gut kann ich überhaupt nicht gut ach nee hier muss ich schneller scrollen oder ja hier war es das erste mal nein hier kam der blind jump mehr oder weniger blind jump ich hasse sowas genau das ist im ersten paar ja ja und jetzt fällt mir vielleicht irgendwas auf den kopf da kann ich doch gut daran erinnern darunter darf ich jetzt drunter war so klar ach fick dich pilz was hat es jetzt nicht gemacht ja egal jetzt hätte ich gedacht mir fällt das um den kopf jetzt so gepasst wieso fällt was auf den kopf keine ahnung so ein gefühl nein ich weiß nicht so weit war ich noch nie wow okay gut dass hier die plattform ist glaube da gibt da ist gleich exit könnte gut sein ich glaube ich bin ich tut mir wieder die ganze kubas ah nee pipe pipe und ein stern sternblock was bringt leute ja ja ich hab die butterbrücke bezwungen ja du hast sie bezwungen nein wir wollen deine computer erst gar nicht hören jetzt muss ich nur noch die butterbrücke zwei schaffen fängt dich spiel leute ja juhu meine lieblings paragliders das ich hab nur noch zwei lediglich auf den perfiden das darf ich nicht einmal spielen juhu ich bin mich zu kult fragt mich nicht was ich gerade laber darüber wenn ihr nicht tragen wollt. Na, wahrscheinlich wird auch ne Fee da rausgekommen. Ja, wenn du groß bist schon. Wenn du klein bist, kommst du ja nicht dran. Ja, stimmt. Ähm, hier. Nein, da wär ein Peacewitch gewesen. Für diese... Wieso springe ich hier? Ich hab so'n Reflex, wenn du auf mich zufliebst. Noch ein Leben! Okay, so vorsichtig, wie es denn geht. Hakago! Das war Absicht. Jaja. Ah, dafür ist die Shell da. Ja, das wäre garantiert ne Fee rausgekommen. Die Münzen da sind für Dinge, es leckt. Für was? Die Münzen sind... Diese komischen Teile sind dafür, dass du in die Yoshi-Münze kommst. Ah, okay. Wow. Genius! Genius! Nicht Genius! Wuhuhuh! Fickt euch! Ja, du hast es ja wenigstens geschafft. Midway-Point. Ja, ja. Wenn ich's verliert bin ich Game Over. Dann bringt mir ein Midway-Point nicht viel. Oh, okay. Ah, du hast grün Peacewitch. Wahrscheinlich ging's irgendwie der Pipe. Ja! Fickt! Ich fick euer Leben, Alter. Hey, du brauchst. Peacewitch. Gut. Hugu. Äh, Dingens. Pipe? Nein. Pipe, nein. Wow, das war knapp. Oh, das war alles knapp. Wow. Es lagts. Ähm, ja, ich muss hier mit lags spielen. Das ist unsozial. Wow. Jumbawa. Jetzt muss ich mal ausprobieren. Nein, ich muss Puttaprik 1 nochmals spielen. Okay, dann musst du jetzt erstmal gucken, ob deine Level da ist. Ja, sind meine alten Level noch da, wenn nicht kotze ich. Wie viel Zeit noch hier? Äh, noch, äh, 1 Minute 46 Sekunden. Das Spiel ist unsozial. Ja. Komm, ich hab dann Lust auf Butter. Butter. Okay. Leute, was hab ich in diesem Part geschafft? Ich hab minus 4 Level geschafft. Nein, ich hab Butterbrücke, darf ich selbst dann abziehen. Ähm, ich hab minus... Ne, nur minus 2 Level geschafft. Egal, die anderen beiden werde ich auch noch kommen. Du hast Butterbrücke geschafft. Ja, wow, das bringt mir viel, wenn's jetzt weg ist. Ja, aber du weißt wenigstens was auf dich zukommt. Stimmt, nicht mehr viel danach. Zukunft. Zukunft. Aha. Ja, Jür ist ein Spezialisten der Finden von neuen Wörtern. Aber so richtige. Blähfliege. Ja, egal. Das ist kein neu erfundenes Wort. Ich weiß. Und das kommt von Börer. Das kommt... Nein, das ist aus dem Dingensspiel. Ach, ähm... Aus, äh, Fall... Fall Story? Fall Out. Ach, Fall Out. Muss mal... Ich komm durch die Kube, ich schlau nicht gut durch. Äh, ne, ja, weiter. Äh, muss den Andi fangen, glaub ich. Der hat das... Der hat das Spiel dazu. Lol. Schneller. Und tot. Aber du hast die Yoshi-Münze. Ja, wow, Yoshi-Münze. Ja, okay, ich würd sagen, das war's dann auch für den ersten Part. Aber ich glaub, ich werd gleich noch eine aufnehmen. Juhu! Oh, bis dahin! Und... Juhu! Juhu!